Das ist die Johanniskerch. Das ist auch eine sehr alte Kirche in Sabrigge. Ah, da war ein Taub, hat er es gesehen. Da gibt es natürlich auch viel in Sabrigge. Da war ein großer Streit, ob man die vergiften darf oder nicht. Und jetzt machen sie es sklavisch. Oder nicht. Das hier ist die Kaiserstraße. Das ist das Ende von den zwei Straßen, wo also die Hauptstadt ausmacht. Mehr haben wir ja nicht. Das hier ist die Kaiserstraße, da fährt die Saarbahn. Deswegen ist es für Autos ein bisschen blöd zu fahren. Und wenn ich da jetzt links in Nimm fahre, kommen wir auf die Bahnhofstraße. Aber da darf man nicht hin, weil das ist Fußgängerzone. Das hier rechts ist das Kulturamt. Also das ist klein, aber das passt ja zu Sabrigge. So viel Kultur haben wir ja da nicht. Und wir immer gucken. Ja, Herbert, du musst ja nicht alles filmen, wenn ich da normal Auto fahre. Das macht eben ja ganz Worres. Ja. 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 Ja.